Gut, ich werde jetzt hier draufklicken und wir werden sehen, wie der Gewinner ist. Yo Leute, was geht und willkommen zu meiner 750 Abonnenten Special Auflösung. Ja, erstmal vielen Dank für das ganze positive Feedback, was ihr gesehen habt und nicht wundern wegen dieser komischen Seitenperspektive beziehungsweise dieser komischen Auflösung, denn ich nehme mit Bundycam auf oder wie das heißt, habe ich mir gerade mal runtergeladen, weil mein Hypercam nicht mehr funktioniert hat und deswegen, ich kenne mich damit nicht aus und deswegen muss ich das damit aufnehmen. So, es ist 16.15 Uhr, ich habe keine weiteren Nachrichten bekommen und deswegen würde ich sagen, legen wir gleich mal los. Ich habe hier alle Namen rausgesucht, ihr seht 96 Kommentare, es waren aber viel, viel weniger, da das eben so ist, dass ich zurückgeschrieben habe, dann habe manche gespammt, dann kamen bei mir manchmal die Nachrichten nicht an, dann habe ich sieben bis sechs Antworten gekriegt auf einmal und naja, deswegen sind es jetzt ungefähr 20 Teilnehmer und ich habe hier schon meinen Zufallsgenerator geöffnet und wir werden das jetzt erstmal, also beziehungsweise jetzt zeige ich euch erstmal, dass das Ganze funktioniert. Hier haben wir Beispiele vorgegeben, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, bla bla bla. Ich mache das Ganze übrigens, damit ihr nicht denkt, dass ich das irgendwie jemandem bescheißen will oder so. Ne, ich mache das wirklich fair und ja, das ist jetzt sozusagen der Beweis. So, wir gehen jetzt erstmal auf zufällig ermitteln. Hier haben wir zum Beispiel Samstag, nochmal, haben wir Samstag, nochmal, Mittwoch, Freitag und Montag. So, jetzt habe ich hier die ganzen Namen aufgeschrieben, die hier beim Gewinnspiel mitmachen und ja, wir werden jetzt den Warngewinner ermitteln und werden mal schauen, wer tatsächlich jetzt gewinnt vom 750 Abonnenten-Special, den musstet ihr hier einen Kommentar schreiben, wie gesagt. Ich habe alles mindestens 100 Mal durchgeguckt, also sollte hier der Name auf jeden Fall dabei sein. Falls ihr euch nicht seht, schreibt mir das gerne mal rein, aber es muss auch wirklich so sein. Gut, wir werden jetzt hier draufklicken und ich wünsche wirklich jedem viel Glück. Ich hoffe, ihr habt genau jetzt so ein Gefühl wie ich. Also, Leute, ich bin wirklich gespannt, wer der Gewinner sein wird. Ich nehme das Video jetzt auch nicht 100 Mal auf, also ihr müsst mir da wirklich vertrauen. Gut, ich werde jetzt hier draufklicken und wir werden sehen, wer der Gewinner ist. Gut, 3, 2, 1 und der Gewinner ist Enrique, der MCPE. Ja gut, Enrique, dann viel Spaß mit deinen 10 Euro. Ich weiß nicht, was du damit machst, aber wir haben uns auf jeden Fall bei Skype, also denke ich mal, dass du den Code per Skype bekommen willst. Und, ähm, ja, wäre ganz geil, wenn du mir mal schreibst, was du dir von den 10 Euro kaufen würdest. Und, ähm, ja, ich hoffe, du bist zufrieden, dass du gewonnen hast. Ich hoffe, du freust dich. Gut, Leute, für die, die jetzt nicht gewonnen haben, es werden noch weitere Gewinnspiele kommen, viele weitere. Und, ähm, ja, also mir hat das Ganze mega Spaß gemacht. Wenn ihr öfters so ein Gewinnspiel bekommen wollt, äh, beziehungsweise haben wollt, dann schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Haut rein, Leute, und...